Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute geht es um einen komischen Vogel gewissermaßen, der allerdings nicht lustig ist und gar nicht komisch, wenn man es mit ihm zu tun hat. Es geht nämlich um den grauen Starr. Das ist eine Trübung der Augenlinse. Was genau ist die Ursache dafür und natürlich, wie kann das effektiv behandelt werden? Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen Gast, der sich natürlich bestens auskennt mit dem Thema. Prof. Dr. Marc Scharguss ist bei mir als Chefarzt der Abteilung für Augenheilkunde an der Asklepios Klinik Nordheitberg. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Fangen wir ganz vorne an, Prof. Scharguss. Was genau ist der graue Starr, auch vielleicht in Abgrenzung zum grünen Starr, der ja, glaube ich, deutlich gefährlicher ist noch? Prof. Ja, also der graue Starr, erstmal der Begriff, müsste man auch mal erklären, der kommt eigentlich vom Starren wahrscheinlich. Hat nichts mit Vogel. Hat gar nichts mit dem Vogel zu tun, genauso wenig wie der grüne Starr. Aber beim Grauen ist es so, dass die Patienten früher, wenn sie eben eine sehr trübe Linse gehabt haben, erstens mal sah das dann grau aus in der Pupille und dann haben die Patienten nicht mehr Personen fixieren können und konnten also nicht mehr ihren Gesprächspartner zum Beispiel angucken und das kommt dann dem Gegenüber so vor, als wenn die Patienten starren. Und das ist so ein bisschen die Erklärung für den grauen Starr. Im Fachjargon sagen wir ja Katarakt. Ja. Das ist dann unser Fachbegriff. Und ja, wie kommt er zustande? So ganz 100 Prozent geklärt ist es noch nicht. 90 Prozent sind aber die, oder betreffen die sogenannten Altersstarr. Also das ist die Trübung der Linse im Alter. Das heißt 60 plus oder wie definiert man das? Ja, genau. Das geht so in dem Rahmen los. Und es gibt aber auch angeborene Formen von einem grauen Starr. Das sind dann die, wo man auch ziemlich schnell reagieren muss, damit die Kinder dann nicht an dem Auge zum Beispiel blinden oder schwachsichtig werden. Das sind so die verschiedenen Grundursachen. Dann gibt es das auch stoffwechselabhängig. Also zum Beispiel, dass Diabetiker oder Patienten, die eine Dialyse bekommen, auch einen grauen Starr früher entwickeln, als das sonst regulär der Fall ist. Aber wir sehen auch Patienten, die über 90 sind und noch gut gucken können und noch keinen ausgeprägten grauen Starr haben. Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist auch ein bisschen Veranlagung vermutlich. Und kann man präventiv denn was tun? Leider nicht. Nein. Also es trifft oder trifft nicht? Ja, es wurden Tierversuche mal gemacht und versucht es mit Augentropfen, die Trübung aufzuhalten. Das war, glaube ich, bei Affen durchgeführt worden. Da konnte man das ein bisschen mit verlangsamen, aber das ist noch nichts, was jetzt spruchreif für uns ist. Und vielleicht nochmal der grüne Starr, weil das ja ab und an auch schon mal vorkommt. Was ist das dann für eine Erkrankung? Der grüne Starr ist im Grunde eine Erkrankung des Sehnervens. Eine Erkrankung, die häufig mit einem erhöhten Augeninnendruck einhergeht und dann in der Folge mit Gesichtsfeldausfällen und Seheinschränkungen. Das ist, wie gesagt, was ganz anderes. Das betrifft eben mehr den Bereich des Sehnervens hinten im Auge und nicht die Linse, die ja ganz vorne im vorderen Augenabschnitt liegt. Wir sprechen heute über die Linse, über den grauen Starr. Und das trifft eben sehr, sehr viele. Das ist, glaube ich, mittlerweile die zweithäufigste Operation in Deutschland. Knapp 900.000 Mal wird sie durchgeführt jedes Jahr. Wie oft machen Sie das in Nord? Also wir machen über zweieinhalbtausend Kataraktoperationen, also sind auch noch ganz gut dabei. Also das ist je nach Größe der Abteilung oder auch Schwerpunkt unterschiedlich. Aber die meisten größeren Abteilungen machen schon mehrere tausend Katarakte im Jahr. Und muss oder sollte immer operiert werden? Eine Kollegin hatte eben die Frage, ihr Mann ist betroffen und hat aber nur auf einem Auge den grauen Starr. Ist dann auch schon eine Operation empfehlenswert? Kann man machen. Das ist natürlich abhängig von der Sehschärfe. Wenn die schon sehr stark eingeschränkt ist, dann macht man das auch. Es gibt natürlich noch andere Faktoren, die da mit reinspielen, wie zum Beispiel die Brechkraft des anderen Auges, weil man natürlich versucht, das dann auch anzugleichen mit den Linsen. Also das ist ganz unterschiedlich, aber wir empfehlen in der Regel Augenuntersuchungen so ab dem 40. Lebensjahr. Und dann soll auch die Sehschärfe gemessen werden und wird auch die Linse in der Regel angeguckt. Und wenn die Sehschärfe dann abfällt, so eine Hausmarke ist so unter oder um die 60 Prozent, dann ist eigentlich die Indikation, also die Notwendigkeit oder die Sinnhaftigkeit einer Kataraktoperation gegeben, wo auch die Risikonutzenabwägung dann entsprechend ist. Genau, das wäre ja noch eine weitere Frage. Aber erst mal vielleicht, wie läuft diese Operation, wie läuft dieser Eingriff ab? Das ist sehr standardisiert. Das spricht immer dafür, dass sich das schon sehr perfektioniert hat, auch das System. Im Grunde operieren wir die meisten Patienten in der lokalen Betäubung, weil das auch sehr schnell geht. So ein Eingriff dauert in der Regel zehn Minuten im OP-Saal. Und es wird dann, wenn wir die Schritte kurz durchgehen, ganz kleine Schnitte an der Hornhaut angelegt. Wir sind bei uns im Haus, das ist der größte Schnitt 2,4 Millimeter. Das ist also schon sehr wenig. Dann wird die Linsenkapsel eröffnet. Das ist dafür da, weil wir die Kapsel eigentlich erhalten wollen und die Kunstlinse auch in diese Kapsel einsetzen wollen. Dann wird der Linsenkern, der trüb ist, abgesaugt. Das wird mit Ultraschall zerkleinert und abgesaugt. Und dann wird die Linse in diesen Kapsel-Sack eingesetzt, sodass man den Brechkraftausgleich an dem Ort hat, wo es eigentlich auch natürlich sein sollte. Und diese Linsen, die sind vorher berechnet worden. Da gibt es auch verschiedenste Modelle. Und danach werden die Zugänge nur mit Wasser eingespritzt, sodass die sich selbst verschließen. Das ist eben auch vorteilhaft, weil man dann keine Fäden und Nähte hat, die man irgendwie ziehen muss, sodass das auch sehr atraumatisch ist. Und es fühlt sich auch nicht an wie ein Fremdkörper dann? Nein, die Linse können Sie ja gar nicht merken, weil im Auge haben Sie an der Stelle gar keine Nervenfasern, die da irgendeinen Schmerz oder irgendein Fremdkörpergefühl Ihnen anzeigen können. Was sind denn sonst typische Fragen, die Patienten haben vor so einem Eingriff? Weil man denkt ja schon am Auge, es ist doch kompliziert. Es ist zwar ein standardisierter Eingriff, aber ja doch, naja. Ja, das ist natürlich immer die Frage nach der möglichen Erblindung da, weil das ist natürlich immer die große Sorge. Die können wir in der Regel eigentlich sehr schnell mehr oder weniger ausblenden. Dadurch, dass wir während der Operation jetzt auch immer regelmäßig Antibiotika ins Auge eingeben, ist die Rate der schweren Infektionen nach so einer Operation bei 0,02 Prozent, also extrem niedrig, sodass da häufig, also so gut wie nie eigentlich was passiert, was jetzt wirklich dramatisch ist. Und wie funktioniert die Nachsorge? Worauf muss ich dann achten als Patient danach? Die Patienten bekommen dann in der Regel Tropfen verschrieben, die sie in den ersten paar Wochen nehmen sollen. Das ist unterschiedlich, entweder anti-entzündlich oder auch mit antibiotischen Tropfen. Das wird unterschiedlich gehandhabt. Ansonsten muss man nur aufpassen, dass man eben nicht irgendeinen Schlag aufs Auge kriegt, weil die Zugänge eben nicht genäht sind. Und wenn man jetzt da irgendeine Stumpfverletzung erleidet, dann können diese Schnitte schon nochmal aufplatzen. Aber so nach vier Wochen in der Regel ist das so abgeheilt, dass da nichts mehr passiert. Und wie verändert sich das Sehvermögen? Wird es dann schlagartig wieder top? Ja, also das ist manchmal ganz beeindruckend, was einem da die Patienten dann auch berichten. Was dann so nach, manchmal schon am ersten Tag, wenn dann der Verband abkommt, wie gut die dann schon wieder gucken können. Und plötzlich sieht die Frau viel besser aus. Ja, ja, wir haben immer eher die Sorge, dass die Patienten sich andersrum entscheiden könnten. Nee, aber was häufig ist, kommt dann so, ja, ich wusste gar nicht, dass meine Tischklecke ja eigentlich gar nicht weiß ist, sondern die ist ja gelb. Achso, ja. Weil eben diese gelbe Trübung der Linse das kaschiert. Und dadurch, dass man eben über die Jahre diese langsame Zunahme der Trübung hat, merken die Patienten das eigentlich gar nicht. Auch die Vorhänge oder so. Also es gibt durchaus mal so eine eine oder andere Patientin, die dann sagt, sie hat jetzt erstmal alles gewaschen zu Hause. Für Sie ist natürlich so ein Eingriff Routine, aber junge Augenärzte müssen das natürlich erst einmal erlernen. Und ich weiß, bei Ihnen, das ist sehr besonders, gibt es einen Augenoperationssimulator. Ich glaube, das war eine große Spende ja auch für die Klinik. 250.000 Euro kostet so ein Gerät. Wie viele junge Ärzte lernen daran und wie oft ist der im Einsatz? Also wir haben den in zwei verschiedenen Ebenen im Einsatz. Einmal bei den Studenten. Da haben wir einmal die Studenten von der Asclepius Medical School, die da dran üben, jedes Semester. Ich habe ja mal den Auftrag in Düsseldorf an der Uni. Da haben wir auch extra Studenten, die aus Düsseldorf dann nach Hamburg jetzt kommen und dort auch üben und ein bisschen die Fingerfertigkeit und dieses Mikro-Manuelle üben können. Und wir versuchen natürlich auch, Nachwuchs zu begeistern dafür, weil die Augenheilkunde schon was ganz Spannendes, Mikrochirurgisches ist. Und dann haben wir natürlich auch unsere Assistenzärzte, die wir langsam heranführen an die Operationen. Und das ist natürlich von großem Vorteil, wenn man die Assistenzärzte erstmal an so einem Simulator üben lassen kann, weil sonst müssen sie eben gleich an den Patienten ran. Das ist die Komplikationsrate natürlich höher und das können wir damit, können wir viele Schritte schon vorweg gut üben. Ja, und was ist die größte Schwierigkeit, würden Sie sagen, für die jungen Kollegen in diesem Lernprozess? Das Eröffnen der Vorderkapsel ist ein Schritt, der viel Erfahrung und Übung benötigt. Das kann man gut an dem Simulator üben und dann auch das Absaugen des Kerns. Das sind so die zwei wichtigen Schritte. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, für Sie ist es das faszinierendste Fach. Warum ist Augenheilkunde für Sie immer noch der beste Fachbereich? Ja, das Auge ist das Tor zur Welt, wie man so schön sagt. Und Hamburg natürlich ist das Tor zur Welt. Klar. Und der Seheindruck ist eben das wichtigste Sinnesorgan und der wichtigste Sinn überhaupt. Und das ist natürlich faszinierend, was man da alles mittlerweile auch operativ machen kann. Ob das jetzt die Kataraktoperation ist oder auch Netzhautoperationen, Glaukomoperationen. Das Mikrochirurgische ist auch sehr... Aber das braucht ja schon, man muss also schon sehr geschickt sein für diese sehr, sehr kleinen Schnitte. Ja, also man braucht viel Übung. Man sollte auch relativ früh anfangen. Das kommt auch noch mit dazu. Und es ist einfach toll zu sehen, wenn man Leute wieder glücklich machen kann, die dann wieder sehen können, wenn sie eine Netzhautablösung oder eine Katarakt haben. Das macht Spaß. Gibt es denn genug Nachwuchs für den Fachbereich? Da arbeiten wir dran. Die Nachwuchsproblematik ist ja überall schwierig. Aber wir haben bei uns im Haus keine Schwierigkeiten. Wir haben genügend Bewerber. Ja, das ist doch gut. Und jetzt vielleicht die letzte Frage zu Ihnen persönlich. Was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Naja, ich habe zwei kleine Kinder, die genügend Aufmerksamkeit benötigen. Insofern absorbieren die mich größtenteils. Und ansonsten genieße ich immer ganz gerne hier im Sommer mal den kurzen Weg. Wir sind ja in Nord Richtung Ostsee und Nordsee. Solange man nicht durch den Elbtunnel muss, ist das ja alles ganz gut. Ja, das stimmt. Und da kommt man dann von Nord aus immer ganz gut in diese Richtung. Und da ich aus dem süddeutschen Raum komme, genießen wir das jetzt, dass wir den Strand ein bisschen näher vor der Tür haben. Wir gehen hier zum Meer und freuen sich auf den Sommer bei dem trüben Wetter. Genau. Es ist alles eingetrübt, auch wenn die Linsen in Ordnung sind, würde ich sagen, im Moment. Genau, es wird im Augenblick nicht besser, egal was man macht. Vielen Dank für Ihren Besuch und danke, dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben über den grauen Starr, der ja doch viele betrifft. Aber wir haben gelernt, man kann sehr, sehr gut helfen und sehr effektiv in einem zehnminütigen Eingriff, der auch so gut wie keine Komplikationen nach sich zieht, im Idealfall. Also vielen Dank für Ihren Besuch und hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön.